so wir sind hier zurück wir verkaufen unsere ganzen ballen so ja ein bisschen an den shader einstellungen habe ich gebastelt man wird es merken natürlich kann man es so nicht anhängen so ja ein bisschen das hod kleiner gemacht rechts im eck links unten das ist jetzt ein bisschen alles kleiner ich sehe es noch ja also autotor auf der schrift ist halt ein bisschen kleiner aber das geht auch noch dann haben wir mehr übersicht im traktor einfach grafische spiel hoch poliert das ganze ich bekomme ein neues setup teil es wird dann ab der nächsten folge ab der nächsten aufnahme session auch eingesetzt das ist ein neuer joystick ja leider ist zu einer aber so ähnlich ich glaube wir müssen das verfahren oder ja 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 jag ja ja wir ja ich ja Schuss! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, nein. das mit dem nämlich auch dann da war da hervon macht das schon komisch mit der wegberechnung so 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 ». . . . . . . . . Sooooooo 180er mal sonderzahlung was sagt jetzt noch der wahnbestand 169 tonselage super so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020